Ich bin Steffen Beidemann, bin 28 Jahre alt und engagiere mich ehrenamtlich hier bei den Johannitern in Aurich und bei der Freiwilligen Feuerwehr in Walle. Es macht mir unheimlich Spaß. Der Zusammenhalt in beiden Vereinen ist super. Du lernst unwahrscheinlich viele Menschen kennen und auch was die Johanniter angeht, man kommt unwahrscheinlich viel rum, unter anderem auch Festivals, Konzerte und ähnlichem. Alleine das Feedback, was man auf einem Festival oder einem Konzert bekommt, nur wenn man da steht, aufpasst und dafür sorgt, dass die anderen eine coole Zeit haben, das ist einfach mega. Das Ehrenamt ist mir wichtig, weil man ein Stückchen weit was zurückgeben kann und man bekommt auch was wieder dafür, dass man was gibt und man kann anderen Molden helfen und weiß, was zu tun ist, wenn es den anderen vielleicht mal nicht ganz so pralle geht.